So, ich möchte in diesem ganz kurzen Video einfach nur sagen, frohe Weihnachten an alle Leute, die dieses Video sehen, wünsche euch schöne Festtage jetzt, es kommen nur noch die Reuploads in diesem Jahr, außer am Silvester, da kommt noch ein Video, deswegen frohe Festtage, euch noch ein entspanntes Jahr, einen guten Rutsch schon mal, werde ich aber im Silvester Video nochmal sagen und dann, ciao, ciao, esst nicht zu viel, denkt dran, sonst könnt ihr dick werden.